Wenn ich manchmal hart zu dir bin, dann weil die Welt hart ist. Das weißt du. Ich möchte nur, dass du dich von Ärger fernhältst, okay? Oh Mann. Dein Bruder ist gerade aus dem Knast raus. Ich war ziemlich lange weg, aber ich will einfach, dass du weißt, wie wichtig du für mich bist. Nimm dich in Acht vor ihm. Willkommen zurück, mein Freund. Ich weiß, ich schulde euch noch Geld. Ich wollte nur sagen, ich drück mich nicht davor. Lass den los! Was ist denn das für ein Ding? Scheiße, was ist das? Hab ich gefunden? Irgendwer wird bestimmt nach dem Ding suchen. Dieses Ding, das dein Bruder da hat, das musst du irgendwo melden. Kann ich nicht machen. Findet ihn. Er ist hier irgendwo. Die Typen sind gefährlich, die hinter uns her sind. Ich hab viel falsch gemacht. Aber es ist echt cool, sich zum ersten Mal wie ein großer Bruder zu fühlen. Irgendwas auch immer du ihn da reingezogen hast. Er wird's irgendwann rausfinden. Mach dich auf was gefasst. Sie kommt raus! Lauf! Ich fass es nicht, die ganze Zeit! Hast du mir nichts davon erzählt? Raus, los! Lasst meinen Bruder in Ruhe. Ich würd sagen, du bleibst lieber auf Stufe 1, ja? Tsch주세요. Müslансer. Wie krul paid Ihr mindestens das ist, schabst. Die Kaling Cische r lipset ihm.